Wer das Göttliche will, muss sich Gott nähern. Und er muss wirklich den Weg gehen, den Gott für uns allen, für jeden, bestimmt hat. Ich glaube Ihnen jetzt das Wichtigste mit auf den Weg gegeben zu haben, in dem ich Ihnen wirklich alles Liebe, alles Gotterdenkliche von ganzem Herzen wünsche. Glauben Sie nur, dass ich weiter nichts als nur Ihr Helfer bin. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich weiter nichts als nur ein Diener Gottes bin, was auch Sie sein können, wenn Sie es nur wollen, wenn Sie es nur tun. Glauben Sie, meine lieben Freunde, dass ich doch weiter nichts als nur ein Werkzeug Gottes bin, was auch Sie in Wirklichkeit in Wahrheit sind, woran Sie nur noch nicht glauben können. Nun, liebe Freunde, liebet das Leben. Gott, Gott ist überall. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!